Wow, das ist gut, das ist geil. Wir haben auch wieder runter. Wow, das ist krass. Ja, schön. Wir haben nicht verabreden, weil wir lernen. Das wird auch schon gut gelesen. Das ist geil. Guck mal, ich hab bald schon gelernt und wir lernen ein ganzes bisschen. Ich hab bald schon mal, ich hab bald schon mal zurück. Genau, ich hab bald schon mal raus. Das war's. Das war's.